Weißt du, ich würde erklären, warum die nicht so oft vorbeikommen und trotzdem nicht stuck sind. Ja, mit denen kommen wir aus. Die können wir morgen befüllen. Ach ja. Immer schön trinken. Zumindest habe ich mal ein... Keine Ahnung. Ich habe wieder eine Vorbild oder so. Warum bleibst du weg von der Linie? Ja. So, jetzt kommen alle her. Herzlichen Glückwunsch, Mister. Für 69 Cent Rückgeld. Sehr schön. 214, 49 waren wir ganz schnell. Ne, aber das ist kein Rekord, ne? Ne, 260. Das ist unser aktueller Rekord. Braucht die 300 mal knacken, ja. Moah, Zucker. Ich sag's euch, der wird Level 22 heute. Der schafft das. Oh mein Gott, alle. Der schafft sogar ziemlich sicher, die Level 22. Das Level 22. Level 22? Zweimal Wodka ist wichtig. Und der 27 geradeaus. 90, 38. Keine 100 Scans mehr. Ja, aber jetzt muss ich mal ganz schneller. Jetzt müssen sie mal ganz schnell warten. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Ich muss mal ganz schnell warten. Ich muss mir das hier anschauen. Oh mein Gott. Warum stellen sie sich alle denn zu mir an? Seien besoffen? 2,95 Uhr abkassiert seid. Welchen 3 Sprites wollt ihr sich bei mir anstellen? Heute können wir aber die 10k schaffen. Nein, ich bin so stolz auf dich. Zinke sind drinnen auf jeden Fall. Aber wir bräuchten halt 10,5 um den Tag morgen schon mit 10k zu starten. Das sehe ich uns noch nicht. Zwei Kollegen sind noch unterwegs. 10k ja, 10,5 nein, auf gar keinen Fall. Da werde ich noch möglichst viele einnehmen. Ähm, bevor, also damit wir möglichst nah an den 10k sind morgen. Gut, Enter. 67 Konten, okay. Die Soßen könnte man eigentlich rein theoretisch nach hinten stellen, weil die haben halt da vorne nichts zu tun mit irgendwas. Snacks und Bier? Ja, die kann man in dieselbe Abteilung stellen. Ich hoffe mal, Schokolade ist schon eingeräumt, ja. Da müssen wir aber echt nachkaufen. Was macht hier aber jetzt? Warum mache ich mir die Mühe? Ich muss aufhören. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Nein. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Hm. Die brauchen wir ein bisschen. Die brauchen wir ein bisschen. So, die Leute sind jetzt auch schon wieder fertig. Das ging ja flott. Flottige Rottige ging das. Ach du Wixler, bist natürlich wieder nicht fertig. Wo ist nochmal vier? Da ist nochmal vier. Sobald die alle draußen stehen. Könnte ich halt auch schon mal aufmachen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das müssen wir aufmachen, weil es nicht so die smarte Entscheidung ist. Das heißt, wir müssen nochmal einen Tag machen, bevor wir die neue Lizenz holen können. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, vielleicht doch nicht direkt aufmachen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts doppelt habe hinten drin. Beziehungsweise räumen die das auch gar nicht ein, ne? Ja, doch jetzt. Jetzt sind sich dann nicht ganz so sicher immer, was die zuerst machen, sondern erscheint. Oh, der Kollege, der macht's jetzt. Und der drauf einmal, Anna. Oh, der Kollege. Da, 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 oh, der hat gut angekauft. So. Dann können wir nicht einfach so ein Bezahlautomat haben, Leute hier Geld reinwerfen und er berechnet das automatisch. Das wäre schön. Das wäre das Leben. Ja, nee, aber so gar nichts mehr selbst machen wäre auch langweilig. Bin ich, Joli, für euch. Mit euch. Bin ich für euch. Warum haben wir denn noch keine Marshmallows oder so? Ich weiß nicht, irgendwas, was die gerade gekauft hat, hat mich an Marshmallows erinnert und dann dachte ich mir, ja, das ist doch eigentlich so eine Sache. Ich meine, ich denke mal, dass wir hier eher einen amerikanischen Supermarkt abbilden. Also warum keine Marshmallows? Mein Kollege ist aber auch schnell gerade. Ja, schon, das ist ja alles, fang dazu zu schauen, ne? Vielleicht wäre echt noch eine zweite, äh, noch eine dritte Kasse was. Das heißt, wir die vielleicht hier hinstellen, dass ich die nach hier hinten anstehe. I don't know. Das sähe halt nicht so geil aus, aber ich habe keinen anderen Platz. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das vielleicht, das kann auch nicht an der Kasse liegen, dass es nicht mehr Kunden werden. Ja, wir werden es nochmal lassen mit der dritten Kasse. Gleich zwei Fässer. Crazy. . es ist erst 9 also 12 k schaffen locker noch habe ich die rechnung bezahlt ist locker noch übertrieben ja doch das sind noch so viele leute hier absolut kein problem 13 allerdings wahrscheinlich eher nicht aber 12 5 so sind morgen noch mit 12 12 starten ja doch das ist noch genug leute hier müssen scheiß abkaufen ja ja wir sollten auch nach rechnungen bezahlen sollten wir noch die hier und das geld haben genug ja wir haben das die bezahlen 1000 der frohlocke hier da wir haben punkte erreicht an denen wir mehr pasta brauchen aber wer aus verkauft wird sie nicht also der vielleicht auch nicht die sind fast leer die tür wenn weg wäre mal warum sollte hier eine tür sein wenn die halt wenigstens nach innen aufgehen aufgehen würde ja oh ok wir können sachen zu kaufen wie kostet so ein shelf wir werden nicht den ganzen preis zurück oder die hälfte also ich kann aber auch das ding endlich das ding endlich mehr packen weil wir brauchen wir wollen ja sowieso dann größere shelves kaufen wir gleich 1 das ist auch ganz anders aufgebaut ich glaube wir werden mal alles auf die hohen shelves upgraden vielleicht drei autos die durch unsere straße fahren ja gut dadurch verschiebt wird sich halt alles ein bisschen verschieben gleich aber das ist ja mir egal da es gibt schon ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020